ARRIGONI Wie viel geht es ja nach einer Minute? Music auf den Jean. Jean links raus. Gabriel hat viel Platz. Gabriel mit einem scharfen Passiv. Mitte und auf den Jean. Und der Abschuss am Pfosten! Nein, das gibt es doch nicht! Ich hoffe, dass man hier wieder anknüpfen kann an den ersten 20 Minuten. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Wer ist da? Der Ball war doch im Ball! Der Ball war doch im Ball! Passiv! Wenn er wieder zurückgehalten ist, kann mit dem Kopf quer auch eine riesen Aktion von Nikolai Georgiev. Der hat jetzt Platz und Zeit auf links. Georgiev, was macht er? Was macht er? Der zweite Ball. Wieder Euclides. Und jetzt musst du doch einfach mal! Ihr Ball! Jawohl! Jawohl! Ein Kliedes, der Silva! Gabriel! Ein Eis geht es! Ja, Mann! Ein Eis geht es! Und jetzt muss ich sich mit dem Okay, der zweite Spiel ist der Vorwalt der Winterdauer. Und jetzt wird der nächste Kanteball irgendwie behauptet. Einen guten Ball von Puzicin Richtung Nassim Ben Khalifa! Nassim Ben Khalifa! Nassim Ben Khalifa! Schau du mir, was für eine geile Kiste! Untertitelung des ZDF für funk, 2017